der scheiß egal effekt normalerweise darf man diese werte nicht in den mund nehmen aber in dem fall bleibt mir nichts anderes übrig denn das ist ein bewiesener effekt dieser scheiß egal effekt und zwar findet man dann ganz oft bei menschen die sich gerade in einer ernährungs umstellung also wenn es gut läuft befinden sie sich in einer ernährungs umstellung nicht in einer diät aber viele menschen in einer diät sind betrifft das noch viel mehr und zwar auch dann wenn sie ihre kalorien auf die kalorie genau tracken und dieses schwecken tatsächlich jeden tag machen immer die app eingeben was sie gerade gegessen haben und dann tritt irgendwann der sogenannte scheiß egal effekt auf jetzt ist natürlich für euch die spannende frage was ist denn eigentlich dieser scheiß egal effekt so also passt auf viele die jetzt zuhören die kennen das wahrscheinlich schon also du bist gerade zum zickten mal wieder dabei deine ernährung umzustellen oder eine diät zu machen wahrscheinlich machst du eine diät denn die ernährungsumstellung funktioniert normalerweise langfristig wenn man es richtig angeht wenn man die richtige informationen hat aber die diäten funktionieren von vornherein gar nicht denn bei diäten gibt es grundsätzlich erstes mal verboten es ist verboten süßigkeiten zu essen es ist verboten alkohol zu trinken es ist verboten pizza zu essen es ist verboten pasta zu essen es ist verboten nachtisch zu essen es ist alles verboten denn nur wenn es verboten ist und wir die kalorien runter reduzieren werden wir langfristig erfolg haben so also in diesen bereichen passiert folgendes erst mal durch diese verbote sind wir die ganze zeit mit beschäftigt über dieses verbot nachzudenken denn das ist wie mit dem denke mal nicht an den gelben elefanten und dann denkst du immer an den gelben elefanten und wenn du was verboten hast dann wirst du dich immer darum bemühen erstes mal wille aufzubringen dieses verbot einzuhalten disziplin aufzubringen dieses verbot einzuhalten ist energetisch dermaßen aufwendig und du bist gerade in einem energiearmen zustand das wird von vornherein nicht funktion also was passiert im laufe der zeit du bist immer mit überlegen nein keine süße keine pizza keine pizza keine pizza keine pizza kein brot kein weißes brot keine marmelade drauf nichts drauf alles ist verboten und was passiert dann du hast zb stress gehabt emotionalen stress du hast im berufsstress in der familie stress du hast mit dem hund stress egal was mit dem finanzamt ist es völlig egal du hast dann vielleicht sogar noch eine mahlzeit vergessen weil du völlig im wahn warst dann läufst du an der schokolade vorbei am süßigkeiten schrank den du natürlich zu hause hast obwohl du ganz genau weißt dass nicht dieser schrank besser nicht da wäre oder du kommst ins kaufhaus du kommst in der einkaufsmarkt und läufst an den verdammten süßigkeiten vorbei und zwar das sind ja mindestens drei abteilungen mit 28 verschiedenen schokoladesorten und 40 verschiedene chipsorten und 800.000 verschiedenen keksen und bonbons kaugummis was weiß ich auch immer so du bist gerade in einem zustand energetisch arm du hast dir alles verboten und dann siehst du da deine augen bleiben hängen an diesen verdammten süßigkeiten den auch genauso aufgebaut sind dass wenn du an der schlange stehst dass du da drauf starren musst hat natürlich einen grund warum wir da sind die psychologen wissen das die verkaufspsychologen du hast noch ein bisschen willen übrig noch ein kleines bisschen aber dadurch dass du so wenig gegessen hast ist der willen immer stark dadurch dass du so einen zeit tagen und wochen dagegen ankämpfst das nicht zu essen ist dein willenszentrum völlig überfordert dann hast du auch noch schlecht geschlafen und dieser zustand führt zu was richtig du wirst jetzt aus schutzgründen für dein gehirn eine irrationale entscheidung treffen sagen mir alles scheiß egal ich hol mir schokolade ich hol mir alles und dann kriegst du ein fressflash du ballast dir mal schnell eine tafel schokolade rein und weil es so geil war bist du nach noch mal gierig und brauchst noch mehr dann holst du noch ein eis und ballast dir noch ein pen und cherries rein und danach bist du immer noch satt danach brauchst noch zwei gläschen weinen weil es ist dir scheiß egal denn jetzt bist du eh schon über dein ziel rausgeschossen jetzt bist du schon eh in der kalorienzahl die du schon ja nicht essen solltest jetzt ist doch eh scheiß egal jetzt kann ich es eh sein lassen jetzt ist eh vorbei mache ich morgen weiter wer von euch kennt das nicht das nennt man tatsächlich in der psychologie den sogenannten scheiß egal effekt das passiert auch in anderen bereichen im business war jetzt habe ich mein zeitmanagement eh schon verpeilt jetzt bin ich schon hinten dran jetzt habe ich eh schon heute jetzt lohnt es ihnen immer komm scheiß egal lass es egal jetzt beantwortest die e mail nicht mehr jetzt egal morgen machst du weiter jetzt habe ich heute eh schon keinen sport gemacht okay dann komm scheiß egal setze mich aufs sofa ess lieber was ruhig aus scheiß egal mache keinen sport dieser scheiß egal effekt ist darf man sagen beschissen und im bereich des essens der diäten hat ein hintergrund warum dieser scheiß egal effekt überhaupt auftritt denn du bist nämlich genau fixiert genau fixiert auf fixiert auf eine kalorienzahl und wenn die überschritten ist wenn ich da eh schon weg bin dann ist eh alles scheiß egal also was nehmen wir raus wir nehmen einmal das tracken raus dieses tracken das tut nicht jedem gut nicht jeder kann mit diesem projekt klarkommen es ist für viele ist es stress wie das ist viel zu aufwendig und für viele passiert nämlich genau das okay überschlagen kalorienzahl zu hoch alles klar egal jetzt wird reingefuttert jetzt ist eh wurscht also wäre schon mal ganz gut für viele dieses tracken immer sein zu lassen am anfang von mir aus die ersten ein zwei drei wochen mal zum gefühl zu kriegen was soll ich überhaupt essen dass ich mal die menge ungefähr habe aber irgendwas um aufhören mit dem zeug ja und dann ist die nächste frage was unterstützt denn noch diesen scheiß egal effekt dieser scheiß egal effekt wird unterstützt durch die einstellung dass ich gewisse dinge gar nie mehr in meinem leben essen darf diese verbote die führen auch bei vielen menschen dazu dass genau dieser effekt auftritt verbietet euch nichts dann lasst es euch offen warum muss ich mir denn verbieten die schokolade zu essen muss ich nicht auch bei meinen coaches ist die ansage du wenn du was gegessen hast was nicht gesund war und dann ist es so dann hör auf darüber zu jammern lass das bitte du hast dich entschieden fertig endet aus am und der sonntag oder der samstag ist auch mal ein offizieller genusstag in normalen mengen dann geht man halt ganz bewusst damit um und isst halt mal ein stückchen kuchen eins oder man isst mal mittags eine pizza oder man geht morgens mal brunchen nichts verbieten lasst das lasst es euch offen sagt ja wenn ich irgendwann einmal lust habe werde ich das tun wenn ich immer lust habe werde ich ein stück kuchen essen wenn ich immer lust habe werde ich auch mal schokolade essen wenn ich mal lust habe dann trinke ich halt mal am samstag ein zwei gläser wein das hilft schon ungemein das nächste was ungemein hilft dass dieser scheiß egal effekt nicht auftritt ist der nicht immer wie kommt der zustande wir haben zum beispiel eine mahlzeit ausgelassen wir haben nichts zu hause gehabt nichts zum essen wir haben nicht präventiv gegessen denn wir hatten unglaublich viel stress und hatten dann gedacht okay egal ich habe zwar viel stress die energiebedarf ist viel höher aber ich halte trotzdem meine kalorienzahl ein obwohl ich ganz genau weiß dass dieser stress mich viel mehr energie kostet egal vergiss es ich bin doch so diszipliniert und so hart dass ich trotzdem die kalorienzahl einhalte obwohl ich heute 500 mehr bräuchte esse ich sie nicht nein was passiert der scheiß egal effekt kommt irgendwann bist du durch irgendwann triffst du keine rationalen entscheidung mehr weil du unterzuckert bist reiner physiologischer verlauf im kopf du bist unterzuckert und wenn du unterzuckert bist mein freund oder freundin danach bist du nicht mehr zurechnungsfähig nein bist du nicht du wirst keine rationalen entscheidung mehr treffen nein das kannst du gar nicht da kannst du noch so diszipliniert sein noch so denken du bist so mächtig und hast dich im griff der meditationsmeister aus tibuktu der seit 30 jahren meditiert auf den knien spazieren geht und dabei grinst der mag sowas können aber wir können das nicht du kannst das auch nicht bilde das nicht ein auch hier siehst du auch hier steckt eine strategie dahinter präventives essen erst gar nicht diesen unterzucker aufkommen lassen ja gesund essen denn wer ungesund ist neigt auch dazu unterzucker zu bekommen physiologisch zuckerspiegel geht runter unterzucker unzurechnungsfähig tabelschokolade rein damit preventives essen regelmäßiges essen gesundes essen dafür sorgen dass der blutzuckerspiegel stabil ist also nicht diese kratzen schwankungen hat die normalerweise natur niemals vorkommen würden denn wenn wir natural essen würden kommt das gar nicht vor das kommt nur wenn wir nicht natürlich essen und zwar nicht artgerecht nicht bedarfsgerecht dann kommt es vor auch hier wieder eine krasse strategie daran zu arbeiten so was haben wir noch ja du sollst ausgeschlafen sein wenn du nicht ausgeschlafen bist triffst du keine rationalen entscheidung weil du müde bist wenn dein wille müde ist dann wird dein wille die falschen entscheidungen der betrifft nämlich gar keine entscheidung weil der wille schläft der wille hat sich versteckt hat die mütze auf dem kopf und sagt lass mich in ruhe ich habe keinen bock irgendwas zu entscheiden willensteiger aufzubauen nein und die zirbin wisst ihr was die zirbin macht die sitzt auf dem sofa und raucht einen joint und sagt interessiert mich nicht die ballert sich eine flasche wein rein und sagt nein ich habe nicht ausgeschlafen disziplin braucht energie disziplin braucht ruhe disziplin braucht energie und zwar gesunde und wieder das ist immer ein teufelskreis es schließt sich immer wieder und genau aus diesem grund wir lieben da draußen wir lieben da draußen ja wie gehen wir jetzt strategisch am besten vor jetzt habe ich euch wieder so viele informationen um die ohren gehauen und jetzt fragst du dich wie gehe ich jetzt strategisch am besten vor wo setze ich an bei der ernährung beim schlaf gute frage jetzt brauchst du eine strategie und du hast keine strategie du weißt nicht wo du anfangen sollst aber ich weiß es du kannst wenn du möchtest von meiner über 33 jahren berufliche erfahrung kannst du profitieren wenn du willst wenn du dazu bereit bist wenn du mut hast einen neuen weg zu gehen dann kannst du das jetzt tun denn ich kann dir helfen garantiert schon so wie über 30.000 erfolgreiche waren ein coach ist in den letzten über 33 jahren du profitierst von über 50 außenweiter bildung jetzt ist meine frage auf was wartest du wenn du hilfe benötigst mutig genug bist und ihrem klaren ist dass du dann raus musst aus deiner komfortzone dass es hier kein spaziergang gibt jetzt machen wir mal ein bisschen beratung beim andreas und dann ja das ist ein neuer weg und der muss erstmal beschritten werden und neue wege sind manchmal ein bisschen unbequem wobei ich dafür sorgen kann bei dir dass du viele fehler gar nicht mehr begehst dass du bereit bist denn ich räume dir deine fehler aus dem weg die fehler wirst du nie mehr machen die brauchst du gar nicht machen denn ich kenne sie ich weiß wie ich dir helfen kann ich weiß wie ich dir eine streue deine steine aus dem weg räume ich weiß wie es dir einfach machen kann aber du brauchst den willen dazu und wenn du willen haben möchtest muss dein wille ausgeschlafen sein wille braucht energie und du brauchst disziplin die hast du jetzt auch noch nicht frag dich mal hast du die wenn du die nicht hast kenne ich wieder jemand der weiß wie es funktioniert als motivations coach und mental coach kenne ich genau die schalter kenne ich dein motivationsmodell dass bei dir funktioniert dass du ins tun kommst denn du machst dir schon lange gedanken darüber wie lange denkst du schon darüber nach wie oft bist du schon diese falle reingetreten schon oft genug ne willst du wieder anfangen und wieder verlieren wieder der loser sein vor dir selbst wieder nach wieder frustriert sein dass es nicht funktioniert hat willst du nicht ne wollte ich auch nicht es nervt ja auch wenn man ständig das gleiche tut und ständig sich über die gleichen fehler ärgern finde den fehler finde diesen fehler so freunde andreas-drienbacher.com da klickst du jetzt drauf dann kannst du dir deinen ersten unverbindlichen strategieberatungstermin aussuchen dein wunschtermin und wenn das alles passt und du mutig genug bist mit mir in den infight zu gehen dann wirst du einen neuen weg gehen du wirst dein ziel erreichen garantiert weil ich nehme dich an der hand ich führe dich ich bring dir werkzeuge bei du bekommst ein werkzeugkasten von mir dass du in zukunft immer alle fragen beantworten kannst ja du kannst sie beantworten du hast alle informationen zu beantworten du bist nie mehr unsicher du hast einen ganz klaren glasklaren fokus einen laserscharfen fokus was du tun sollst und danach passiert folgendes mehr leistung mehr power geistigkeit auf einer ebene mehr business umsatz schöneres leben und viel mehr spaß am leben denn auch in der familie wird man das feststellen dass du mehr energie hast dass du mehr fokus hast damit kannst du viele sachen die heute nicht mehr gelingen weil dir die energie fehlt weil du ausgepowert bist die wirst du dann wieder machen können leider in deinem schrank die du vor zehn jahren angehabt das kannst du wieder anziehen weißt du was das für ein mindset gibt was das für eine energie gibt zwischen den ohren dieser stolz es geschafft zu haben endlich diesen einen punkt den du schon ganz weit verdrängt hast nach hinten geschoben hast diesen punkt endlich in angriff zu nehmen und erfolgreich zu sein und zwar mit dir selbst den anderen erfolg beizubringen aber selbst erfolgreich zu sein diese vorhaben selbst umzusetzen das ist masterclass genau deswegen fordere ich dich jetzt auf zum tanzen zum masterclass zum masterclass tanzen das ist mein coaching also bitte du hast jetzt die chance mach deinen termin und ich freue mich auf dich ich habe alle infos die du brauchst bis dahin bleibt gesund und hab ganz viel spaß bei allem was du tust